Ich hoffe, ich greife Frank und Fefe nicht vor, wenn ich sage, dass 2016 das Jahr des Cyber war. Heute werden sie es wieder aus allen Rohren cybern lassen, während sie die Cyber-Fnot des Jahres 2016 für uns Revue passieren lassen. In diesem Sinne begrüße ich unsere beiden Cyber-Ninjas, Frank und Fefe, auf dieser Bühne und bitte um einen herzlichen Cyber-Applaus. Seid ihr alle da? Wollen wir anfangen? Na gut. Fefe hat mich gezwungen. Na gut. Alter. Alter! 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 Jetzt ist es aber gut. Und am Ende will ich einen von jeder Farbe hier vorne auf der Bühne haben. So, laut genug. Jetzt ist Schluss. Genau. Ja, das Jahr 2016 war nur so mittelgeil. Es war nicht ganz einfach, Folien zu machen. So viel sei vorher gesagt. Genau. Wir wollten euch ja nicht hier in den Selbstmord treiben oder in die Depression. Die hatten wir denn für euch, die Depression? Wir fangen mal an. Genau. Also wir haben so ein bisschen nach Bildern gesucht, die so das Jahr 2016 so richtig verkörpern. Und eines davon war dieses hier. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Unsere amerikanischen Freunde schickten dieses Bild zu diesem Thema. Die hatten es auch etwas härter. Ansonsten können wir sagen, die Apokalypse ist endlich da. Wir waren ja seit Jahren. Und das kann man gleich an mehreren Sachen festmachen. Aber ich möchte vorab sagen, dass eine Ausrede schon mal wegfällt. Wir waren nämlich vorbereitet. Die Amazon Terms of Service wurden geupdatet und enthalten tatsächlich einen Abschnitt über die Zombie-Apokalypse. Punkt 57, Punkt 10. Sie haben ihn gut versteckt. Aber tatsächlich sind diese Terms of Service nicht mehr gültig, wenn die Zombie-Apokalypse eintrifft, die sie sehr präzise beschrieben haben. Und Amazon sind nicht die einzigen, die aus der Richtung Probleme vorhersehen. Auch das Pentagon ist mit der Zombie-Apokalypse bestens vorbereitet. Die haben tatsächlich ein Trainingsszenario dafür entworfen, welche Maßnahmen man so als angehender Militärstratege treffen muss, wenn die Zombie-Apokalypse eintrifft. Wir haben das mal illustriert. Und besonders bemerkenswert an der deutschen Meldung war allerdings die Kategorisierung. Also ihr merkt schon, wenn so eine Zeitung anfängt, so eine untote Kategorie einzuführen, ist irgendwas im Busch. Aber es stellt sich raus, Sie haben völlig recht, die Kategorie brauchen wir, denn dieses Jahr gab es auch diese Meldung. In Pirmasens hat ein Betrunkener die Zombie-Apokalypse ausgerufen. Und die Details sind jetzt ein bisschen viel Text, aber der lohnt sich tatsächlich. Also es gab erst einen Notruf von einer Frau, die sagte, da war ein Mann mit einer Pistole, der sagt, da passiert gleich was. Dann sind sie losgezogen und dann ist der währenddessen in ein Café gelaufen und hat die Gäste vor einer Zombie-Apokalypse bewahren wollen. Und dann haben sie den halt irgendwann eingesammelt und gefesselt. Und dann hat er sich mit einer Zombie-Challenge rausgeredet, so ein Game, ihr kennt das. Legendierung. So, nur die Legendierung. Jedenfalls meinte, die Polizei, das Problem wäre am Ende gewesen, dass die schockierten Betroffenen nur mit Mühe beruhigen konnten. Ihr seht also, da ist irgendwas im kollektiven Unterbewusstsein mit der Zombie-Apokalypse. Ja, das war ein ziemlich weltweites Phänomen mit der Apokalypse dieses Jahr. Wir haben hier zum Beispiel eine Meldung aus Japan. Wenn die Schule macht, haben wir ein großes Problem. Hat sich ein Rentner in die Luft gesprengt im Park in China, wenn man versucht, eine Prüfung in einem Stadion zu schreiben, auf einem Hocker. Also der Hintergrund hiervon war, dass die Schulen wegen Smog geschlossen waren. Und dann hat der Rektor gesagt, dann machen wir die Prüfung halt draußen. Draußen sah es so aus. Nun ja. Auch in Europa ist die Apokalypse näher gekommen. Großbritannien. In Deutschland steht sie noch an. Also demnächst mit unserem neuen Bundespräsidenten. Wir sollten also nicht vergessen, was dieser Mann auf dem Kerbholz hat. Der Mann unten ist Murat Kornas, der im amerikanischen Folterknast saß, wegen unserem zukünftigen Bundespräsidenten. So ohne Bart sieht ja gleich viel unterroristischer aus, ne? In Amerika gab es auch eine kleine Apokalypse, habt ihr vielleicht mitbekommen. Aber so ein Apokalypse. Das eine Mannes Problem ist das andere Mannes Gelegenheit. Das aktuelle Buch des Bundeskünftigen. Und er war nicht allein, ne? Also auch Trump hat die Gelegenheit genutzt. Und am Black Friday gab es Trump-Parafinalia für 30 Prozent weniger. Ja, 2016 war eigentlich in jeder Hinsicht ein Ausnahmejahr. Ich habe mal versucht, das an so einer Übersicht von Überschriften deutlich zu machen. Eigentlich egal, wonach man sucht. Es gab irgendeine Meldung, dass das ein besonderes Jahr war. Wir haben ein paar Sachen aber rausgesucht, die uns besonders exzeptionell erschienen. Und zwar ganz vorne auf meiner Liste dabei ist Frankreich. Genau. Die haben nämlich Ausnahmezustand. Schon seit 2015. Und 2016 haben sie mal wieder verlängert, bis ISIS komplett besiegt werden kann. Kann sich ein bisschen hinziehen. Aber wir sind uns sicher, ob we'll deliver. Und so ein Notstand ist nicht nur in der Politik hilfreich, sondern auch bei internationalen Vereinigungen wie der WHO ist so ein Notstand mal nicht schlecht. Dann ist das Funding gleich gesichert. Das war der Zika-Notstand. Im Februar völlig überraschend. Frankreich hat mal den Ausnahmezustand verlängert. Aber nur bis Ende Mai. Keine Sorge. Nur bis Ende Mai. Keine Sorge. Amnesty International fand das natürlich nicht so gut. Wisst ihr, was im Mai passiert ist? Na? Genau. Frankreich hat den Ausnahmezustand verlängert. Oh. Und im Juli. Und weil es so gut läuft, hat Erdogan gleich mitgemacht. Exportschlager nennt man das heute. Genau. Die Amerikaner haben es ja eigentlich auch immer so ein bisschen so mit... Auch die Amerikaner haben ihren Ausnahmezustand verlängert. Hey, wenn man schon mal dabei ist, ne? Es läuft doch gerade so gut. Genau. Erdogan konnte auch nicht länger. Der musste auch noch mal verlängern den Aufnahmezustand. Im November gab es einen Ausnahmefall. Da hat der VIO nämlich den Notstand für behendet erklärt. Moment, Moment. Ja, nicht zu früh, Freund. Wir wissen alle, so ein Ausnahmezustand erleichtert das Leben. Das kam dann natürlich vor. Aber so ein bisschen Panik ist schon auch hilfreich. Genau. Und wisst ihr, was im Dezember passiert ist? Na, hey, Frankreich hat den Ausnahmezustand verlängert. Ja, wie sowas dann auf der Straße aussieht, konnte man in Brasilien beobachten. Die hatten ja da, was war es, Olympiade war es, ne? Die Olympischen Spiele. Da konnte man in einem Straßenbild solche Leute auch. Ja, Sicherheit ist wichtig, weil wir uns alle einig. Terroristen könnten ja auch mit Hubschraubern kommen oder so. Aus der Ferne sah das dann so aus. Und am schönsten fanden wir dieses Jahr eigentlich so die Medienberichterstattung. Ein Donnergurgler, Dankeschön. Okay. Das riecht halt zum Wesentlichen aus Rumbesteht. Ich glaube, es ist auch ein bisschen Mate drin. Ja? Ja. Na gut. Aber nicht viel. Aber es blubbert sehr schön. Jedenfalls die Medien dieses Jahr, wir haben lange noch so ein Bild gesucht, was so die Medien dieses Jahr zusammenfasst und dann kam mir dieses Bild hier unter. Und ich denke, das ist eigentlich alles, was mir dazu sagt. Und dann fragt man sich ja immer so Medienperspektiven auf Ereignisse, die haben ja auch immer so eine gewisse, also Bilder haben ja eine Macht, ne? Also wenn man zum Beispiel so dieses Bild hier sieht, so denkt man sich so, ah, wie kenne ich dieses Bild doch von der anderen Seite. Was haben Sie denn bloß mit diesem armen Löwen gemacht? Und dann, dem IT-Internet findet dann raus, der arme Löwe lag eigentlich nur im Tomografen und irgendjemand hat seinen Photoshop benutzt. Details, Details. Aber alles in allem sahen die Zukunftsaussichten für 2016 ungefähr eher so aus. Und dann haben wir uns gefragt, warum eigentlich? Also was ist eigentlich der Grund dafür, dass es alles so ein bisschen komisch ist? Und dann haben wir ein bisschen gesucht und haben einen Mann gefunden, der zumindest dann großen Spaß drin hat. Das ist dieser Herr, der heißt Vladislav Surkov. Der ist in der Sowjetunion, also Russland, zuständig für das Aufrechterhalten der Ordnung. Der hat halt so Dinge getan wie so eine Jugendorganisation gegründet, die in der deutschen Presse hieß sie immer Putin-Jugend. In Russland hieß sie Naschi, also die Unseren. Die hatten dann hier solche schönen Festivitäten oder halt rechts da so diese sportlichen Betätigungen unter den wachsamen Augen der wesentlichen Repräsentanten ihres Volkes. Und der hat dann auch schon mal so eine Oppositionspartei gegründet und finanziert. Mit Kreml-Geldern? Mit Kreml-Geldern so. Weil die Hauptpartei, die hat sich langsam so ein bisschen überlebt. Und sein Modus operandi ist dann halt immer, dass er es hinterher durchsickern ist, dass das das getan hat. Das heißt also, er macht da irgendwas, zum Beispiel gründet so eine Partei oder finanziert irgendwelche Nazi-Skinheads oder die Gegenorganisation zu den Nazi-Skinheads. Oder auch irgendwie eine Menschenrechtsorganisation oder so. Und dann lässt er hinterher durchsickern, ach übrigens, die Kohle kam von mir. Der Sinn dabei ist, dass er Realität zerstört. Das heißt also, er raubt damit den Menschen jegliche Orientierung. Weil alles, was sie so an Positionen haben, an allem, wo man sich so festhalten kann, so Helden, Organisationen, Positionen und so, wird alles komplett virtualisiert. Dazu muss man wissen, dass der Mann eigentlich aus dem Avantgarde-Theater kommt. Also der ist halt jemand, der eigentlich so aus dem Theater kommt. Und er hat halt auch ein Buch geschrieben, auf deutscher Schienen, H0, unter Pseudonym. Und hat dann auch immer bestritten, dass er es war. Und als das Buch dann zum Theaterstück gemacht wurde, ist er auch hingegangen. Und hat gesagt, zu dem Regisseur übrigens, wir müssten ja an dem Stück noch mal ein paar Sachen editieren. Das stimmt so nicht. Das stimmt so nicht. Der soll so ein bisschen heute so unser Maskottchen sein, weil ich es auf Sorkow für den Abschnitt über die Realität. Weil früher gab es so diesen... Da war die Welt noch einfach, da hat man einfach gelogen. Genau. Da hat man halt einfach seine eigene Realität geschaffen. Da sind Massenvernichtungswaffen, wir müssen da einmarschieren. Hat da so ein bisschen Vogelsand von der UNO geschüttelt. Doof daran ist nur, dann kommt wieder irgendjemand um die Ecke und macht einem die schönsten Geschichten mit Fakten kaputt. Leider keine Massenvernichtungswaffen zu finden. Selbst die CE muss es zugeben, ist doof. Will man nicht haben. Ja, so geht das nicht. Ja, so geht das nicht. Da guckt er ganz böse. Neu und hot ist aber Realität komplett kaputt machen. Und da hat er einen sehr geliehrigen Schüler gefunden, nämlich Herrn Trump. Und wir haben so ein bisschen gesucht nach so... Okay, wir mussten nicht lange suchen. Den schönsten Statements von Trump. Er bekennt sich erst mal zum Konstruktivismus von Realität. Er sagt halt so, du bist, wer du denkst, dass du bist. So kann es schwedisch sein oder deutsch oder, keine Ahnung, oder Kampfhubschrauber. So kann man sich halt alles suchen. Das ist ja wie man möchte heutzutage. Und sagt halt so, ich bin eigentlich nicht provokativ. So nein, 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 nein. Und ich mag aber... Außer wenn doch. Außer wenn doch, genau. Und Experten, ganz wichtige Sache so. Also, da stellt sich viele Experten an und hört ihnen zu. Experten sind gut und wichtig, aber ich brauche keine. Ich glaube, wir müssen das mal ein bisschen beschleunigen. Ja, genau. Er ist halt für und gegen Abtreibung und für und gegen Schwule-Ehe und Demokrat und Republikaner gleichzeitig. Sehr hübsch. Und will Präsident werden oder auch nicht Präsident werden. Das ist halt sozusagen so ein Quantenzustand von Realität. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt, da gab es doch was, da gab es doch noch so eine andere Person mit roten Haaren. Und äh... Zwei mal drei mal vier, bitte, 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 du zwei mal neune. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Es tut uns jetzt wirklich leid, wenn wir Kindheitserinnerungen kaputtmacht haben, aber Realität ist sowieso vorbei. Auch schön war dieser Herr, ihr erinnert euch noch an letztes Jahr. Der hatte so eine... Hat jemand ein bisschen länger gebraucht, zu erinnern? Moment, kommt doch noch. Moment, Moment. Gebrüht. Der hatte dabei, als die Panama Papers geleakt wurden, hatte der so ein paar kleine... Kontinuitätssprünge. Genau. Die waren so Montag... Privatangelegenheit. So und... Also man sieht so eine progressive Verschiebung von Realitäten so... Also man beachtet, deswegen haben wir es extra drin gelassen, es war die BBC, die diese Zusammenstelle gemacht hat, also Staatsfernsehen. Daher muss man also auch mal... Ja genau, Herr Soccer war sehr zufrieden. Also das ist jetzt der neue Normalzustand, gewöhnt euch da mal dran, ja? Genau. Auch Google hat sich dran schon gewöhnt, ne? Und das erinnert uns an so eine Geschichte... Da gibt's doch ein literarisches Vorbild, oder? Genau. Erinnert sich noch jemand? Genau. Die Älteren unter euch werden es aus Illuminatus kennen. Und diejenigen, die in der Schule aufgepasst haben, werden wissen, dass es ursprünglich von... Geklaut von Nietzsche war. Also sprach Zaratustra, der das eingeführt hat als den Geheimsflogen des Assassinenordens, der Topspitze davon, die gesagt haben, aber nichts ist wahr und alles ist erlaubt. Und was wir jetzt so sehen ist, dass eigentlich alle jetzt danach spielen. Sie haben da jetzt sogar ein schönes, neues, aktuelles Wort für. Genau. Das heißt nämlich postfaktisch. Und da haben wir von unseren Freunden, von den jungen Naiv-Ultras, ein kleines Video zugespielt bekommen. Frau Merkel, 2002, 2003 haben Sie den Irakkrieg unterstützt, der ISIS entstehen lassen hat. Ist das Ihr politisch größter Irrtum gewesen? Ich unterstütze nie einen Krieg. Ich habe auch den Irakkrieg nicht unterstützt. Das Ziel ist definiert und das Ziel ist der Krieg gegen den Terror. Wer führt den Krieg? Der Krieg wird geführt durch verschiedene Alliierte, die sich sozusagen in der Anti-ISIS-Koalition zusammengeführt haben und diesen Krieg unterstützt die Bundesregierung. Es heißt ja neuerdings, wir lebten in postfaktischen Zeiten. Postfaktisch, Fakt, 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 Faktisch. Die tun alles. Bisschen zu Propaganda. Das ist praktisch, Postfaktisch, Fakt, Fakt, Faktisch. Und das ist immer wieder ganz wichtig. Dafür gibt es viele Beispiele. Zum Beispiel, wenn es was im arabischen Raum zu viel gibt, dann Waffen. Deswegen liefern wir auch keine mehr dahin. Es sei denn, wir liefern Schiffe auch an Saudi-Arabien. Zu Rammstein haben wir schon so viel gesagt, zur von Ihnen behaupteten Beteiligung von Rammstein am von Ihnen so behaupteten Drohnenkrieg. Glauben Sie nicht an Gerüchte und bewusst gestreute Falschinformationen. Dass die US-Regierung außerdem darüber informiert hat, dass der Luftstützpunkt Rammstein eine Reihe weiterer Aufgaben unternimmt. Und zwar Planung, Überwachung, Auswertung zugewiesener Luftoperationen. Da geht es nicht darum, wie die Drohnen genutzt werden. Postfaktisch, Fakt, 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 Faktisch. Das finden wir richtig und gut und das nehmen wir genau so wahr. Postfaktisch, Fakt, Fakt, Faktisch. Das Grundrecht auf Asyl hat keine Obergrenze. Aber 800.000 auf Dauer ist zu viel. Sie müssen uns glauben, dass Sie glauben, dass es nützlich ist. Überlass ich total Ihnen. Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Die ganze Zeit fordert vollkommene Aufklärung beim BND-Skandal. Ist es da nicht Zeit, den Herrn Patrick Snowden nach Deutschland zu bringen? Ich sehe nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Das geht gar nicht. Ihr Wording ist einfach falsch. Spionage. Das ist völlig normal, das gibt es in den meisten Ländern. Postfaktisch, Fakt, Fakt, Faktisch. Verschwörungstheorien, Reichsbürger, Game Trails, Postfaktisch, Fakt, Fakt, Faktisch. Das BSI empfiehlt, das können Sie nachlesen, bestimmte Produkte, die gerade Ihnen das ermöglicht, Ihre private Kommunikation mit Kryptologie zu schützen. Das will keiner ändern, da will auch keiner rangehen. Das ist ein Thema von Nerds für Nerds. Die Kanzlerin hat niemals gedacht, dass sich ein Deal mit Libyen abschließt. Der Deal mit der Türkei war auch kein Deal. Nein, wir haben mit der Türkei keinen Deal. Was denn? Postfaktisch, Fakt, 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 Faktisch. Nicht und alles. Es sind so Propaganda. Das ist praktisch, Postfaktisch, Fakt, Fakt, Faktisch. Die Bundeskanzlerin lügt nicht. Die Bundesregierung steht für eine atomfreie Welt. Da ist ein Zitat, oder? Das ist praktisch, Postfaktisch, Fakt, Fakt, Faktisch. Überall, global und international. Und dass wir alle uns diesen Test unterziehen müssen, von freien Medien frei und unabhängig überwacht zu werden, finde ich ganz großartig. Und ich habe da großes Vertrauen, auch in die Mündigkeit der Bürger, die durch ihre Arbeit, auch durch eigene Erkenntnisse, durch eigenes Nachdenken darauf kommen, was wohl eher der Wahrheit entspricht als anderes. Vielen Dank, vielen Dank an Thilo Jung und die Ultra ist für das Video und wir sind vertraglich verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass die Spenden finanziert sind und sich über eure Spenden freut wird. Also wie wir gesehen haben, ist so der Umgang mit so diesen... Oh, I'm sorry, gentlemen. I'm really sorry. That's still Hamburg? Yes. I'm so sorry. I'm so sorry. Wait, then. I'm terribly sorry. Sorry. Genau zur richtigen... Sorry, guys. Sorry. 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 Der Umgang mit so diesem ganzen passfaktischen Zeitalter ist natürlich, wie wir gesehen haben, für so eine Regierung ein bisschen schwierig. Dann haben wir geguckt, was gibt es denn noch so für Möglichkeiten. Welche Schritte kann man denn einleiten, um da mal voranzukommen? Genau, beziehungsweise um diese ganze schwierige Realität so ein bisschen einfacher zu verdauen, zu machen für das Volk. Und dann haben wir uns ein bisschen umgeguckt, in welchen Ländern es ganz gut klappt. Und dann kamen wir auf Kanada. Kanada hat einen Premierminister, der... Ihr kennt ihn vielleicht, Justin Trudeau. Und Justin Trudeau zeichnet sich primär dadurch aus, dass er sehr gut aussieht und offenbar auch sehr nett ist. Und wir haben festgestellt, der hat es offenbar einfacher an der Politik. Es gibt da so ein Muster, was... Ich weiß nicht, ob ihr es ja kennen werdet. Wir zeigen euch mal ein paar Bilder. So, und auch die Chefin... Moment, Moment. Ich mag die da eigentlich sehr. Und die Untergebene der Chefin findet ihn eigentlich auch ganz nett. Richtig nett findet ihn die Premierministerin von Bangladesch. Aber auch unsere Kanzlerin. Und wenn man so eine gute Ausstrahlung hat, dann kriegt man echt eine Menge Sachen durch. Also, Kanada hat sich mittlerweile auch in einen veritablen Spitzelstaat verwandelt. So, mit irgendwie allem drum und dran. Mit so freilaufenen Geheimdiensten und, naja, was halt so dazugehört. Gucke mal da drüben. Aber hey. Kann man alles machen, wenn man einen Premierminister hat, der gerne Pandas besuchen geht. Auch so ein Freihandelsabkommen. Also, ihr erinnert euch, CETA... Moment, jetzt werdet ihr gleich ein Wunder erleben. Ja, Achtung. Selbst Sigmar Gabriel sieht neben Trudeau gut aus. Und ja, gut, ja. So, diese ganzen Kritik an diesem Freihandelsabkommen und so. Ja, ja, aber hey. Ach, guck mal da. Oh. So, Kanada hat dann noch so diese Öl-Sand-Problematik. Ich weiß nicht, ob ihr die auf dem Radar habt. Die haben so Erdöl, was ein bisschen schwierig zu fördern ist. Und selbst, wenn man es gefördert kriegt, dann muss man lange Pipelines bauen. Und wenn die platzen, dann hat man so ein Umweltproblem. Und das ist alles total unschön. Das wäre ja zu schön, wenn da mal jemand was tun würde. Und es gab auch gewisse Hoffnungen, die auf dem Trudeau lagen. Und es gab auch Proteste gegen die alte Politik natürlich. Aber er hat halt einfach diese Pipeline genehmigt. Und damit es nicht so schlecht ist, kein Stunt abgeliefert. Und ich meine, wenn man sich so anguckt, so diese, also wir haben nach so ein bisschen geguckt, nach so einem extremen Beispiel, so von Solokism-Politik. Also er wird da auch immer sehr schön und gut gefunden. Gibt es da Nachahmer? Genau. Und es gibt, also hier ist auch ein Bild von ihm. So, achtet auf das Tattoo. Und es gab halt Nachahmer, die waren eigentlich nicht so ganz erfolgreich. Und zwar bei der Libertarian-Universität in den USA. Aber sie haben es versucht. Gut, eine Frage, die in der Politik immer so ein bisschen schwierig ist. Wenn die einen alle anlügen, woran erkennt man denn dann Dinge? Ja, wenn ich jetzt so ein paar Politiker in ihrem natürlichen Umfeld beobachte, woran kann ich denn sehen, was das so für Leute sind? Traditionelle Methoden sind ihnen zuhören, aber das ist nur so bedingt hilfreich. Da helfen auch nicht mehr Geräte. Und da gab es verschiedene Ansätze über die Jahre. Also früher gab es so Wahrsager, mit denen man halt dann versucht hat, Politik vorherzusagen. Und dann gab es die Kreml-Astrologie. Das war ein eigenes Fachgebiet im Westen, wo man versucht hat, anhand von irgendwelchen Indikatoren, wer auf welchen Bildern war und wer wie oft einen Artikel in der Praff dazu geschrieben bekommen, hat und wem es wie ging bei irgendwelchen diplomatischen Empfängen und so irgendwie rauszukriegen, wohin jetzt so die Reise beim Kreml ging. Und das Ganze hat dann so in den 90ern an der Wall Street ein neues Comeback gefeiert, nämlich mit Alan Greenspan. Der Chef der FED, das ist die Notenbank der USA. Und da hat man versucht, anhand der Dicke seiner Brieftasche vorherzusagen, ob die Zinsen steigen oder fallen werden. Und das fing erst als Witz an, der Name Greenspan Briefcase Indicator hat auf CNBC als Joke angefangen, aber plötzlich fingen dann andere TV-Sender auch an, davon zu reden und das hat sich dann schnell etabliert. Und dann dachte man sich, irgendwie muss es doch so etwas Ähnliches, es muss doch eigentlich heute auch sein. Das ist alles noch so ein bisschen unwissenschaftlich. Deswegen haben wir mal geguckt, ob wir da nicht einen Indikator finden können, der funktioniert. Und wir haben, glaube ich, einen gefunden. Genau, wir haben halt extrem große Mengen Bilder durch Machine Learning Systeme gepipt, weil die nimmt man ja heute sogar dafür, um halt in der Cloud, in der Cloud, um einen Indikator zu finden dafür. Und unsere Machine Learning Systeme haben tatsächlich was gefunden, nämlich den Regenschirm. So, hier gibt es ein, das ist eigentlich fast wie so eine Bravo-Love-Story, wenn ihr mal genau hinguckt. Wir machen jetzt mal einen Übergang und dann guckt ihr mal, ob ihr den Unterschied erkennt. So, nochmal zurück. So, am Anfang hat jeder einen Regenschirm. Seht ihr das? So, weiter. Und jetzt haben Sie zusammen einen Regenschirm. Oh, Moment, Moment. Aber Regenschirme sind auch noch andere Indikatoren, also nicht nur so für politische Zusammenarbeit zwischen Ländern. Auch für die Beurteilung von Politikern sind die sehr gut geeignet. Ja, kann der was in schwierigen Situationen? Ja. So, ist er eher so egozentrisch oder eher so ein bisschen hilft er auch anderen? Hilft er auch anderen so, ne? Ist die Ehe noch intakt, ne? Auch irgendwie so ein... Ja, man muss da aber vorsichtig zu sein. Man darf nicht zu schnell schließen. So, aber diese Frage ist, dass ein guter Politiker geht ja darüber hinaus, ob der jetzt persönlich nett ist oder nicht, sondern es geht auch darüber, ob der bereit ist, für andere auch mal selbst zurückzutreten. Ja, für den Vorteil anderer, die ihm wichtig sind, auch mal selbst Nachteile in Kauf zu nehmen. Und dieses Bild hat das ganz gut illustriert, insbesondere im Vergleich zu diesem Bild. Auch in der zweiten Reihe kann man manchmal aus Regenschirmsachen schließen, zum Beispiel, ob der Mann noch eine Karriere hat oder nicht, hat sich in diesem Fall gestellt. Wahrscheinlich demnächst Radar statt zu einem Putzen in Sibirien. Man kann aber sagen, dass der Regenschirm sich auch historisch als Indikator herausstellt, auf den wir mal früher hätten achten sollen. Er ist ein sehr dankbares Motiv. So ein tolles Bild. Ja, 2016, wir haben ein bisschen versucht, auch immer die positiven Aspekte herauszuziehen. 2016 war auch ein Jahr der Künste. Und zwar haben wir das hier an der Elbphilharmonie versucht zu illustrieren. Und wir haben so ein paar Beispiele herausgesucht, die wir künstlerisch sehr wertvoll fanden. Diese Fragen mit diesen Indikatoren, die wir gerade eben hatten, die stellt sich auch noch an anderen Stellen. Und häufig wird darauf auch gewettet. Und dann haben wir diesen Herrn, der ein politischer Kommentator war. Und da gab es Wetten darauf, welchen Schlips er umhaben wird. Und dann hat er während der Sendung einfach sechsmal den Schlips gewechselt. So, hohe Politiker haben natürlich auch andere Talente. Also die sind halt durchaus auch möglicherweise begabt in Feldern, die man nicht erwarten würde. Der Mann hat gerade seine Abdankung bekannt gegeben. Aber das ist doch ein guter Abgang. Ja, ansonsten, das Beispiel haben sicher alle mitgekriegt. Hier gab es auch gleich bemerkenswerte Schrittbrettfahrer. Matthias Döpfner ist der Chef des Achselspringer Verlags. Der hat sich öffentlich zu Böhmermann bekannt und sich ausdrücklich in jeder juristischen Form seine Äußerungen und Schmähungen zu eigen gemacht und sozusagen den Handschuh hingeworfen. Und der ist gelandet, der Handschuh. Gleich eine einstweilige kassiert. Aber es ist doch noch direkt gescheitert, die einstweilige. Ist halt schon was anderes, ob man so einen kleinen Böhmermann oder so einen Matthias Döpfner verklagt. Da gibt es dann nämlich gleich Ärger. Ja, weitere Kunstobjekte, die gefunden wurden. Also manchmal ist ja bei Kunst im öffentlichen Raum nicht auf Anhieb klar, handelt es sich um Kunst oder kann das weg. Und hier gab es ein besonders schönes Beispiel. Bauarbeiter haben ein Objekt gefunden, dessen Funktion nicht auf Anhieb klar war. Zylinderförmlich mit einer Art Lunte. Und sie haben die Polizei gerufen. Das Bestand aus Gießharz und welches Metallspitter eingegossen waren. Das ist jetzt nicht ein Bild von dem tatsächlichen Objekt. Da gab es leider kein Bild, aber es ist ein Objekt der Art. Wer von euch weiß, was das ist? Jetzt hat er das schon gespoilert. Oh, jetzt habe ich es gespoilert. Okay, es handelt sich um Orgonit. Das wird benutzt, um Chemtrails zu bekämpfen in der Esoterik-Szene. Ja, also ich meine, diese Dinger sind echt teuer. Also wer uns was im öffentlichen Raum rumstehen lässt. Ja, weitere Kunstobjekte, da gibt es ja schon seit langem Legenden über Tarnkappen und Unsichtbarkeitssachen. Wir haben hier mal ein Beispiel rausgesucht. Das ist immer wieder ein Objekt, an dem sich Künstler abarbeiten. Und auch in diesem Jahr gab es ein sehr schönes Beispiel dafür. Da haben nämlich Einbrecher in Brasilien versucht, eine Bank auszurauben und haben gehört, dass sie, wenn sie sich mit Alufolie bekleben, dass sie dann nicht sichtbar sind auf den Überwachungskameras. wie sich rausstellt, doch. Ja, also Kunst im öffentlichen Raum versuchen natürlich auch andere Leute, die halt so versuchen, politische Meinung zu beeinflussen. zum Beispiel mit diesem schönen Bild. TTIP. Ich weiß nicht, ob ihr das unten lesen könnt. Da steht Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Kennt ihr die? Das ist eine Gründung. Ich dachte, das ist AdBusting. Nee. Nee. Das ist halt eine Arbeitgeber-Lobbyorganisation und deren Eigenbeschreibung ist, sie soll in der Bevölkerung die Bereitschaft für wirtschaftsliberale Reformen fördern. Das ist halt so deren Ding. Ob der Fokus auf dem Wort Reform kommt von denen, weil es so ein bisschen neutral klingt, weniger schlimm als Arbeitsplatzvernichtung. Ja. Und die treifen dann zu solchen Dingen. Ja. Wir haben uns entschieden, auch ein paar herausragende Kunstwerke zu prämieren. Das hier ist also eins meiner Highlights des Jahres. Dieser gesamte Artikel hat Hitler nicht einmal erwähnt. War einfach nur so eine so eine schöne Fake-News-Meldung, würde man heute sagen. Großartig. Ja, der Posteljungen hat tatsächlich dieses Jahr wirklich einen Ehrenpreis. Der hat abgeräumt, ja. kann man nicht anders sagen, ja. Manchmal ist es gar nicht ein Kunstwerk an sich, sondern Performance-Kunst oder kreative Potenziale, die durch eine Situation gelöst oder freigesetzt werden. Und wir haben als Beispiel dafür mal nach Schottland geguckt. Die haben nämlich seit ein paar Jahren einen Scharmützel mit Donald Trump, der da versucht, einen Golfplatz zu bauen. Der hat schon einen, aber der benimmt sich echt daneben mit diesem Golfplatz. Ja, und also die Schotten haben dann gesagt, der Trump, der soll hier nicht das Beste, irgendwie das Land mit dem Seeblick haben, da bauen wir nochmal eine Windfarm dazwischen. Und dann hat Trump versucht, dagegen zu klagen und es sind wirklich allen Instanzen gescheitert. Ja, und dann kam er nach seinem Wahlerfolg nach Schottland zu Besuch und die Schotten haben überlegt, wie sie ihn begrüßen können. Und hatten dann eine Band. Und dann gab es noch einen Künstler, der die Gelegenheit benutzt hat, für einen sozusagen, dem Anlass angemessen ist. Der hat Trump nämlich ein paar Golfbälle mitgebracht, also ganz viele davon. Da muss man jetzt ein bisschen ranzoomen. Genau, dann zoom mal ein bisschen rein. Und bei dieser Gelegenheit fiel uns dann auf, dass die Schotten wirklich die Weltmeister im Leute beschimpfen sind. Also, ich fing halt so an. Und das ist die Vorhut. Das ist die Vorhut. Also, Twitter eignet sich ja da ganz hervorragend für und wir haben nochmal so ein paar Tweets zusammengesucht. Da müssen wir jetzt auch ein bisschen schneller durchgehen, weil es ein paar mehr sind. Da müssen wir jetzt auch schauen, Das war es. Du bistillon, das ist kann Point. Das ist extrem, wie is es? Das war es. Ja, manchmal stellt sich auch erst im Nachhinein raus, wie künstlerisch wertvoll eine Aktion ist. Zum Beispiel gab es dieses Jahr einen neuen Jahrgang von Nachwuchs beim KGB-Nachfolger FSB, der nicht nur ein Geheimdienst ist, sondern auch so eine Art Polizeibehörde. Daher haben die den Eindruck gehabt, dass ihre Identität vielleicht nicht so schützenswert ist, wie ihr Arbeitgeber das dachte und haben ein Video gedreht von sich selbst, wie sie durch die Innenstadt von Moskau fahren. Mit diesen unauffälligen Fahrzeugen? Das merken die nie. Und nun denkt man sich vielleicht, naja, da sieht man ja keine Gesichter, so schlimm ist das ja nicht. Ja, das ist ja so weit weg, da sieht man ja nichts. HD ist ganz schön tricky. Das war, ja, es hat Nachteile. Der größte Troll des Jahres, für mich auch ein echtes Kunstwerk, ist einem Unbekannten in Amerika gelungen. Da gab es nämlich einen bewaffneten Konflikt in Oregon mit so ein paar US-Versionen von Reichsbürgern. Und denen hat ein Meister-Troll erklärt, dass sie vor Gericht Konsequenzen vermeiden können für ihre Handlung, wenn sie zu Protokoll geben, dass sie Idioten sind. Daraufhin haben gleich mehrere von denen vor Gericht zu Protokoll gegeben, dass sie keine Ahnung haben. Hat natürlich nicht wirklich geholfen, aber den Richter hat es gefreut. Also es hilft natürlich, wenn man dazu auch noch ein entsprechendes Gesicht macht, nicht wahr? So, der nächste ist mir ein besonderes Anliegen. Der war zwar schon ganz am Anfang des Jahres, aber da nehmen wir uns jetzt tatsächlich mal ein paar Sekunden Zeit, damit ihr das lesen könnt, auch zweimal. Denn das muss man zweimal lesen, damit man wirklich alles mitkriegt. Ein Leserbrief im Standard. So, ich weiß nicht, ob ihr das kennt im Internet, aber manchmal ist es ja so, dass so eine Sache, von der man glaubte, sie ist perfekt, durch einen Kommentar noch perfekter gemacht werden kann. Das ist also selten, also wirklich sehr selten, aber in diesem Falle... Ja, nach diesem Scheißjahr waren wir also sehr bemüht, ein paar Folien zu machen, die euch ein bisschen aufmuntern. Und haben gedacht, was immer geht, sind Meme. Und dann haben wir gedacht, wir machen mal hier so, machen wir mal eine Serie draus aus dem Meme. Und weil ich nicht weiß, ob ihr die alle kennt, habe ich ein paar Übungsfolien gemacht. Also das ist eigentlich ein ganz einfaches Muster. Man fängt an mit In Soviet Russia. Dann bringt man eine Aktion. Ganz einfache Form. Aber in der umgekehrten Reihenfolge, wie sie normalerweise stattfindet... So, wir haben hier mal ein Beispiel. Ganz einfach, ja. So, ein Klassiker. Mal gucken, ob ihr das verstanden habt. In Soviet Russia... Law break you. Okay, okay, einen haben wir noch, einen haben wir noch. Und uns ist aufgefallen dieses Jahr, dass dieses Muster, also vielleicht nicht perfekt, aber nahezu perfekt, mehrfach auch so im täglichen Leben auffallend passiert ist. Wir haben noch ein paar Beispiele. So kennt man das. Wir haben hier einen Vormann des Bundesamtes für Verfassungsschutz und der hat die islamistische Szene infiltriert. Also bisher kennen wir das so. Und dieses Jahr... Aber Moment, Moment, macht euch keine Sorgen, denn die Einstellungspraxis wird überprüft. Ja. Irgendwas ist ja immer, ne? Ja, hier haben wir noch ein schönes Problem. Ich habe wieder als Vergleich, wie es bisher war. 2015 war das so, dass man Informanten exponiert hat. Dieses Jahr war das so. Dass der Informant die Polizei exponiert hat. Ja, das war noch ein Beispiel. Okay, das passt jetzt nicht 100 Prozent, aber das könnt ihr mal übersehen, glaube ich. Ja, bisher hat die Polizei Kinderpornoserver geschlossen. Dieses Jahr hat die Polizei Kinderpornoserver betrieben. Und zwar nicht nur so ein, zwei, sondern mehrere. So, den hier werdet ihr auch beobachtet haben. Früher hat man noch Ads weggeblockt. Heute wird man von den Ads weggeblockt. Früher gab es noch Zinsen. Ja. Tja. So ein bisschen verwirrend. Ja, da kommt schon mal was durcheinander, ne? Kennen wir alle, ne? Aber... Ja, einen schon. 2015 Apple mit Warnungen vor unsicheren chinesischen Nachbauprodukten. Soweit alles normal. 2016 hat China vor schlechter Qualität von Apple-Produkten gewarnt. So, eine kleine Bonusfolie noch aus der Richtung, weil ich einfach... Die Punchline kommt gleich. Diese Läden da unten rechts, das ist kein Photoshop, die gibt es so wirklich. Aber was man vielleicht als Außenstehender nicht unbedingt sofort ahnt, die sind alle fake. Also nicht eine von diesen Läden ist tatsächlich der Apple-Store ist nicht von Apple, der Samsung-Store ist nicht von Samsung. Und hier gibt es eine Firma, die selbst jahrelang Apple-Produkte nachgebaut hat. Und ihr ist dann aufgefallen, dass von ihr Läden gesichtet wurden. Und dann hat sich der CEO bemüßigt gefühlt, der Presse mitzuteilen, dass sie gar keine Läden haben. Wie ist denn das denn? Fake in dritter Ableitung oder sowas, ja? Ja, Steuern, ne? Apple 2015. Gut, das ist jetzt auch ein bisschen weit hergeholt. Ne. Aber das ist schon mal was Neues. Genau. Meine 6 Dollar, jeder US-Bürger an Apple. Dann sind die Dinger immer noch so teuer. Kommt zusammen. Was uns zu den Nachrichten aus der Wirtschaft bringt. Wir fangen an mit den Hardware-Trends. Genau. Ihr kennt das ja, Hardware war früher groß und schwer und langsam. Und wird jetzt immer leichter. Und immer kleiner. Aber es gibt noch andere Trends, die vielleicht weniger offensichtlich sind. Und zwar den einen, den ich hier mal rausgesucht habe und an ein paar Beispielen illustrieren möchte. 2014 war das noch so, dass wir Hardware gekauft haben. 2015 haben wir gemerkt, die Hardware überwacht uns. Und 2016 haben wir gemerkt, die Hardware bringt uns um. Und dieses Muster kann man an mehreren Beispielen nachvollziehen, die wir jetzt hier mal listen wollen. Früher war mit Smartphones noch alles gut. Nicht wahr? Dann fing es an, mit dem nach Hause telefonieren. Und dieses Jahr, das wir ihn alle gesehen haben, gab es so ein kleineres Explosionsproblem. Das sah alles nicht so gut aus. Na? Hat jetzt gerade jemand hektisch in die Hosentasche gegriffen? Ja, Haushaltsgeräte waren früher eine sichere Sache. Konnte einfach hingehen, kaufen, anschließen. Und dann fingen die ersten Leute mit irgendwelcher IoT-Smart-Scheiße an und Cloud-Anbindung. Und dann war es schon mal mit der Überwachung geklärt. Ja, das hier war überhaupt eine große Art. Nichts Privates vor dem Fernseher erzählen. Aber das war letztes Jahr. Ja, das war letztes Jahr. Dieses Jahr sind sie uns um die Ohren geflogen. Sieht schon nicht so gut aus. Ihr seht dieses Muster so. Und dann haben wir recherchiert, irgendjemand anders muss es auch noch aufgefallen sein, dass Samsung gerade so eine echte Glückssträhne hat. Mit Hardware. So erst die Samsung Galaxy S7 und dann diese Waschmaschinen. Also was nicht jeder weiß, ist, Samsung ist auch ein Rüstungshersteller. Und dann haben wir irgendwie in der dunklen Ecke des Internets folgendes geheime Bild gefunden. Die DARPA arbeitete offenbar auch schon an irgendwas. Gerüchtet auf den Safety-Aufkleber. Man muss vorsichtig sein. Genau. Gerüchte halber ist dieses Auto voller Waschmaschinen, die mit Telefonen gefüllt sind. Samsung, das war nicht der einzige mit Explosionsgefahr. Den Eindruck wollten wir nicht erwecken. Genau. Auch die deutschen Hersteller können was. Gut. Ja, Kameras war auch mal eine Sache, die man einfach kaufen konnte. War kein Problem. Schön billig. Dann gab es die ersten Anzeichen davon, dass man vorsichtig sein sollte. Ja, wenn man da genau hinguckt, stellt man fest, der hat mit Tesafilm abgeklebt und er ist nicht der Einzige. Auch der FBI-Direktor findet, man sollte lieber abkleben. Und 2016 eskalierte die Sache so ein bisschen. Da wurden nämlich die Kameras plötzlich zu Botnet-Hosts und haben uns das Internet kaputt gemacht. Und dann denkt man sich, naja gut, Internet ohne Internet kommt man schon mal ein bisschen aus. Das fühlt sich für uns zwar auch schon todesähnlich an, aber in manchen Kreisen ist das noch ein bisschen schwieriger. Da stellt sich nämlich raus, dass in Finnland, in einigen Kommunen die öffentliche Fernwärme ans Internet angeschlossen war. Und die haben dann halt richtig gefroren, weil die Messfühler unter DDoS standen. Also Überwachungskameras töten. Neuer Slogan. Ja, China-Plastel früher überhaupt kein Problem, hat man gekauft, war dann kaputt, aber es macht nichts, weil war billig. 2015 stellt sich dann raus, man muss da genau hingucken. Na, die überwachen einen, so, diese China-Plastel-Dinger, so. Da werden wir noch mehr von hören. Aber auch das ist 2016 noch mal nach rechts. Oh mein Gott. Der Chunk ist ruiniert. Ja, auch die China-Plastel hat dieses Jahr so ein bisschen einen dunklen Verlauf genommen. Ging los mit Stromschlägen, aber so ohne eine Explosion gehen wir ja nicht nach Hause hier. Und das gab es halt auch. Ja, manche Leute haben das auch ein bisschen persönlich genommen. Liebe. Wobei ich ja heute gelernt habe, man lernt ja auf dem Kongress immer wieder Dinge, ist, dass man, dass das eigentliche Problem ist, dass die mechanische Verarbeitung von diesen Dingern so schlecht ist, dass da drin so vorstehende Kanten sind, die den Akku da drin anpunktieren und dann fangen die an, so ein bisschen explosiv zu werden. Das sind aber nicht die einzigen Akku betriebenen Geräte, die so ein bisschen Ärger machen. So früher kannte man es. Selbst in Fällen, wo man schon früher gestorben ist dran, gab es ein Update dieses Jahr. Ja, kennt man ja. Die Marlboro-Männern sind ja reihe nach an Lungenkrebs gestorben. So eigentlich bekannt so. Aber ihr wisst ja, wer das ist mit disruptiven Technologien. Das muss schneller gehen. Das muss alles schneller gehen mit dem Sterben. Jetzt mit E-Zigaretten, die in der Hosentasche explodieren. Das sah nicht gut aus. Unsere Autos kennt man auch, so E-Autos 2014. Das sah noch super in Töfter aus. Hat man gekauft. 2015. Ihr ahnt schon ein bisschen, wo es hingeht. Fingen die anderen zu überwachen. Haben die eben zugeguckt und so. Und 2016, ne? Ja, könnt ihr euch denken, ne? Was 2016 passiert ist. Da sind die eben um die Ohren geflogen. Aber nicht nur so Hightech-Dinge sind irgendwie dementsprechend, also... Sind gefährlich. ...gefährlich und betroffen so. Auch so Sachen, die man eigentlich kennt, ne? Also Klos zum Beispiel. So kennen wir alles. So vertrauter Anblick. Denkt man sich, da kann nicht so viel passieren. Und dann ging das los. Dann wurden die halt erst überwacht. So, Moment, Moment. Ach so, ach so. Und dann? Aber ihr wisst ja, ohne Explosion gehen wir nicht nach Hause. Genau. Also, ihr seht ungefähr, wo es stand, ne? Und es war... Man kann sich vorstellen, das ist so ein bisschen unappetitlich. Aber gut, das ist ja Engineering. Das ist ja ein Engineering-Problem. Vielleicht ist in der Wissenschaft alles besser, haben wir uns gedacht und haben gesagt, okay, 2016 war auch ein Jahr der Wissenschaft. Da machen wir auch mal eine Serie zu. Ja, das hier ist der Wendelstein 7X. Den haben wir mit Alternativlos besucht, falls das jemand noch nicht gehört hat. Holt es nach. Cooles Gerät. Und nicht der einzige Superlativ dieses Jahr. Gravitationswellen wurden nachgewiesen. Auch ein Meilenstein. Eigentlich ein gutes Jahr. Ja, ja. Dann das habt ihr bestimmt auch alle mitgekriegt. Geht voran mit der Wissenschaft. Da drüben sitzen also die KI da. Ah ja. Und ja, also eigentlich doch ringsrum irgendwie ein gutes wissenschaftliches Jahr. An einigen Unis allerdings nur so ein Mittel. Da gibt es dann halt schon so die... So, Moment. Also, ich musste ein bisschen den lauen Witz entschuldigen, denn das ist die Hinleitung zu einem Witz, an dem ich nicht vorbeikonnte. Moment, Moment. Ja, denn es gab da eine Schlagzeile dieses Jahr, die war so großartig. Die mussten wir mitnehmen. Das seht ihr sicherlich in einem... Auch eine interessante Definition von Extremismus, ne? Ja, ja. Ja, wir bleiben in der Wissenschaft. Gute Nachricht, Frau Dr. van der Leyen bleibt Doktor. Mit dem schönsten Dementi aus der Plagiatsaffäre überhaupt. Kein durch Täuschungsabsicht geleitetes Fehlverhalten. Dann ist ja alles gut. Dann ist alles gut. Microsoft hat auch mit seiner AI Fortschritt gemacht. AI, ein großes Thema dieses Jahr. Und die wurde dann leider ein bisschen viel trainiert. Das ist halt ein Teenager, nicht? Die sind halt noch beeinflussbar. Gut, es ging relativ schnell bergab. Zugegeben, es eskalierte einigermaßen schnell. Aber man muss ja die positive Seite an sowas sehen. Das ist ja nicht nur, das ist ja kein Totalschaden, sondern... Da gab es Leute, die haben gesagt, wir sollten die als Denkmal stehen lassen. The dangers of AI. Die Wissenschaft hat außerdem 2016 festgestellt, dass Fracking total ungefährlich ist. Wir können uns das hier mal im Bild angucken. Endlich nachgewiesen. Ja, Wissenschaft ist ja mehr als Forschung. Da gehört ja auch Fortbildung zu. Man muss das Wissen ja auch verbreiten. Und an einigen Stellen dieses Jahr war zu sehen, dass es da Bedarf gibt. Zum Beispiel bei der Berliner La Geso. Das ist der neue Name für das Sozialamt. Die haben halt irgendwie das Registrieren und irgendwie mit Dokumenten versorgen und so weiter der ankommenden Flüchtlinge halt völlig versemmelt. Und es war halt eine völlig chaotische Zustände, die also nur mit Behördenversagen zu beschreiben sind. Aber... Da musste was passieren. Da musste was passieren. Und da haben dann sich natürlich Experten rangeholt. Nämlich die Experten von Bertelsmann, Avato. Ja, aber gehen wir mal einen zurück, weil der Text ist ja auch... Ja, okay. Flüchtlingsmanagement, effiziente Prozessgestaltung mit dem Bagel. Best-Practice-Dialog. In der Zukunftswerkstatt B und der Arena der Lösungen. Ja, genau. Genau. Gut, ja, hier war noch so ein Ding. Da ist fast die Illustration interessanter als der Hintergrund. Es handelt sich um ein Luftreinigungsgerät. Ihr erinnert euch vorhin an diese China-Bilder, ne? Also der Bedarf ist offenbar da. Ja, es gibt ja so ein Smog-Problem und die Holländer haben sich gesagt, da machen wir mal was. Und wir haben mal eine Illustration von dem Gerät in Aktion aus dem Archiv gegraben. Genau, und dann haben wir gefunden, das gibt es schon länger, ne? Und sauber ist die Welt. Und nicht nur das, es gibt sogar schon Prototypen von der nächsten Generation. Der wird eigentlich erst 2017 eingeführt. Wir haben mal geheime Bilder gekriegt. Nein. Rest euch mal zusammen hier. 2016 war auch ein Hightech-Jahr. Ja, also wir erinnern uns alle an die großartigen Herrungenschaften. Und da musste sich natürlich die Politik auch mit befassen, so. Die Politik und Technologie ist immer so ein bisschen so ein schwieriges Feld, so. Da gibt es manchmal so ein paar Reibungen. Genau, insbesondere wenn es so um das Cyber geht, so. Aber einige gehen wacker, tapfer voran. Der Digitalisierungsdirektor der EU, der ehemalige. Und der in Deutschland für Daten, Autobahnen zuständige Verkehrsminister. Ja, ein alter, bekannter NF-Nord-News-Show ist der Cyber Bullshit Award. Den haben wir ursprünglich nach Richard Clark benannt. Der ist leider ausgefallen als Namenspatron, denn er hat sich dieses Jahr so geäußert, dass Verschlüsselung und Privatsphäre ja eigentlich wichtiger und größere Probleme seien als der Kampf gegen den Terror. Und jetzt brauchen wir einen neuen Namensgeber. Und das war schwieriger, als wir gedacht haben. Also wir haben natürlich sofort an Donald gedacht. Aber als der sich über Cyber geäußert hat, das war nicht völlig von der Hand zu weisen, was er da sagt. Also man braucht so zwei, drei Anläufe, bis man die Sätze pausen kann. Aber er behauptet da keinen Blödsinn, der nicht irgendwie, also keinen offensichtlichen Blödsinn. Eher so, ich hatte halt keine Ahnung. Und das ist mir persönlicher lieber, als wenn jemand einfach irgendeinen Scheiß behauptet. Also Donald Trump geht nicht. Na, wen haben wir denn da noch im Angebot? Wie wäre es denn mit Herrn Nöttinger? Ja, gucken wir mal. Geht auch nicht. Ja, und da bleibt uns nur ein Verlegenheitskandidat, nämlich der neue BSI-Chef und Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. Mitgründer, Arne Schönbohm. Leider hat die Presse so ein bisschen, wie soll ich sagen, verhalten positiv nur reagiert auf ihn. Und es gab da dieses Wort Cyberclown, was in sich geworfen wurde. Aber das ist eigentlich gar nicht der Kern des Problems bei diesem Mann. Wenn man mal in Lobbypedia nachguckt, was er so für eine Karriere hat. Also fang mal unten an. Ja, gut. Also den will man eigentlich nicht im BSI haben. Insofern ist das vielleicht gerechtfertigt zu sagen, der ist halt ein Cyberclown. Aber es stellt sich schon die Frage, wo kommt das eigentlich her? Und wir haben das Originalzitat gefunden. Der von Brancheninsidern als Cyberclown verspottete Schönbohm liefert keinelei Indikationen für technische Expertise. Ein toller Satz, wo kommt der eigentlich her? Oh. Nochmal? Nein, nicht nochmal. Ja, wieso ist denn der so ein Clown? Was hat der denn gemacht? Also das habt ihr bestimmt mitbekommen, die Cyberware. Hat gleich kraftvoll losgelegt. Ja, also sozusagen eine Art freiwillige Feuerwehr, wo man die tolle Idee hat, dass Unternehmen ihre Experten kostenlos an den Staat verleihen sollen. Oder gegen ein geringes Entgelt, um bei Cyberdingen mit zu cybern. Das Internet war sofort begeistert. Haben die vorbei und öffnen die Daten? Nein, nein, die applizieren kräftigen Cyber. Diese Illustration kommt von der Computerbild übrigens. Genau. Moment, Moment. Also da wir ja eine relativ große Altersspanne haben, so bei den Nerds, die da so Zielgruppe sind, gab es dann auch noch das Ganze in Retro. Und damit auch klar ist, wer der Feind ist. Ein Konzept, was international überzeugt. Ja, Cyberbullshit ist nur eine große Kategorie, aber es gibt einige Einträge, da wirft man eigentlich nur einen Blick drauf und man sieht sofort, Bullshit. Aber wenn man mal nachguckt, der Name ist eigentlich schon, der reicht schon. Der Rest ist auch Bullshit, aber der Name. Und so haben sie dann den Experten gefragt und der hat gesagt, jetzt ridiculously optimistic, Machine Learning Algorithm ist complete Bullshit. Überraschung. Ja, es geht ja auch um Begrifflichkeiten bei Cyberbullshit. Nicht nur so um die inhaltliche Aussage, sondern wenn es jemand schafft, einen neuen Begriff zu prägen, der direkt eine Reaktion hervorruft, die nur mit Bullshit zu beschreiben ist. Und da haben wir dieses Jahr einen schönen Fall gehabt. Genau, der Begriff Dormant Cyber Pathogen ist sozusagen ein... Wir werden alle sterben. Ja, wir werden alle sterben. Es liegt halt auf der Lauer, das Cyber Pathogen auf den... Gut, aber der Vorteil bei Pathogen ist, dass es da etablierte Verteidigungsstrategien gibt. Und manchmal ist dieser Begriff Cyber Pathogen auch so ein bisschen dehnbar. Also kann sich ja nicht nur so auf Viren oder so beziehen, sondern durchaus auf die Inhalte. Und dieses Jahr gab es halt irgendwie ja noch diesen Fall von diesem Politiker namens Antinu Wiener, der seine Karriere durch irgendwie allzu häufiges Posten von Fotos seiner Anatomie beendet hat. Dessen Telefon musste dann im Wahlkampf nochmal untersucht werden, weil da Hillary-Mails drauf waren. Und das gab dann so... Irgendjemand muss das ja tun. Ja, also so geht man mit Cyber Pathogens um. Ja, ein Gast, den wir hier schon hatten auf dem Kongress, hat sich auch in diesem Jahr über Cyber Bullshit geäußert, nämlich auch in dieser iPhone-Affäre, als das FBI unter Eid geschworen hat, dass man dieses iPhone hier nicht anders aufmachen kann als mit dem, auf dem Weg, den sie vorgeschlagen haben. Und eine Woche später haben sie dann ihre Meinung geändert. Das war also auch offensichtlich Cyber Bullshit. Ja, noch so ein bisschen Bullshit in der Kryptodebatte ist eigentlich immer welcher zu haben. Bullshit ist ja nicht nur gerichtet. Bullshit kann auch ein Zeichen davon sein, dass man einfach überhaupt keine Ahnung hat. Das ist nicht unbedingt manipulativ gemeint. In dem Fall ist es nicht ganz klar. Aber der CIL-Direktor hat verkündet, dass Kryptografie außerhalb der USA sowieso gar nicht existiert. Eigentlich ein rein theoretisches Konzept. Genau. Und Beobachter aus Europa haben sich da ein bisschen gewundert. Dachten so, dieses AIS, dieser amerikanische Encryption-Algorithmus, wo kommt denn der eigentlich her? Huch, es waren zwei Belgier, naja. Gut, man kann ja nicht alles wissen als CIL-Chef. Wäre eigentlich auch nicht gut, wenn du alles weißt, ne? Ja. Gut, hier haben wir noch eine Überschrift als nächstes, die eigentlich schon reicht. Also, äh. Also, wenn es Dreifelder-Bingo gäbe, dann hätte jemand Bingo, ne? Genau. Die Blockchain. Ja, ohne die geht gar nichts mehr. Aber auch in Deutschland gibt es Cyber-Bullshit. Ja, das wird euch jetzt nicht überraschen, wenn ihr dem Telekom-Chef schon mal zugehört habt. Und der hat dieses Jahr mal wieder so richtig Pfunde gegeben. Ist ihm leider so ein bisschen vom Timing her missraten, weil nahezu gleichzeitig zu der groß angekündigten Security-Konferenz so ein Routing-Problem auf den ganzen Plaster-Routern, die die Telekom unter ihren Kunden verteilt hatte, für großflächige Ausfälle gesorgt hat. Aber man kann erst mal eine Cyber-NATO fordern. Und dieser Spruch, alle Telekom-Kunden werden sich freuen, habe ich mir gedacht, da mache ich noch mal eine Folie draus, können wir uns dann ausdrücken. So, Moment, also das wird ja noch ein bisschen schöner, wenn man sich anguckt, wie das aussah, das Format, unter dem man das verkündet hat. Wir wissen, was wir tun. Genau, und auch das BSI, man muss ja das BSI auch loben, wenn sie gute Dinge tun. Bei der nächsten Plaster-Router-Apokalypse, die der Netgear-Router betraf, haben sie dann auch eine ordentliche Warnung rausgegeben und so. Und dann fiel uns so ein bisschen so auf, da ist aber irgendwas komisch an dieser Meldung. Und dann haben wir ein bisschen näher geguckt und haben es gefunden. Risikostufe 5. Die Frage war, was ist denn nun eigentlich Risikostufe 5? Nein, nein, von 5. Ja, oder weiß man nicht. Völlig verheerend. Wir haben auch mal nachgefragt und da kam dann nur so ein bisschen ausreichende. Nicht so ganz klar. Ja, man fragt sich dann doch immer so, wieso ist denn das eigentlich so ein großes Problem? Weil eigentlich ist Deutschland ja, wenn man sich so die Bandbreiten anguckt, also wie viel haben wir denn halt irgendwie an Fiber to the Home? Na, sieht's jemand so? Oh, da gibt's noch Entwicklungspotenzial. Aber überall haben wir die 1%-Marke genommen. Ha, Polen, den haben wir jetzt gezeigt. Ja, bei Hightech ist ja manchmal auch so ein bisschen das Problem, wenn man zu früh auf Gerätekategorien ausspringt, dass man dann so Prototypen erwischt, die noch Kinderkrankheiten haben. Da gab's dieses Jahr auch so ein paar Fälle, die erwähnenswert sind. So hat die Berliner Polizei im Winter gemerkt, dass es kalt wird. Und dann fingen die Funkwagen aus. Und zwar nicht nur so ein, zwei, sondern über 80. Aber wir haben tatsächlich einen internen Polizeireport gefunden. Und diese Meldung, dass die wegen der Kälte ausgefallen sind, stimmte zwar, aber dass es am Wetter lag, war nur Tarnung. Der eigentliche Grund war dieser hier. Dann hat man halt so dieses Problem mit den harmlosen Kinderkrankheiten, die betreffen halt auch so Militärtechnik. Und so eine F-35, die muss man ab und zu aus und an machen. Und das kam uns irgendwie bekannt vor. Genau. Und dann haben wir ein geheimes Video gefunden aus dem Servicecenter für die F-35er, wenn so ein Pilot da oben in der Luft ist und irgendwie nicht mehr richtig klarkommt. Und es wobbelt halt alles so. Und die Maschine gerät außer Kontrolle. Und der hat mir noch 10.000 Meter bis zum Boden. Dann ruft er halt irgendwie beim Servicecenter an. Ja, nicht nur kleine Flugzeuge sind betroffen, auch größere Modelle. Auch so ein Dreamliner muss ab und zu mal gebootet werden. Also wenn ihr nach dem Kongress nach Hause fliegt, dann uns so eine 8-7 erwischt, vorne am Cockpit mal fragen, wann sie zuletzt gebootet wurde. Kommt bestimmt gut. Ja, nicht nur in der Luft ist das ein Problem. Man könnte vielleicht denken, am Boden ist die Absturzgefahr geringer. Aber das kann trotzdem peinlich werden, wenn der teuerste Zerstörer aller Zeiten im Panama-Kanal stecken bleibt. Da lief dann Wasser durch die Lager hinten an der Schraubermuffe rein. Aber sonst kein Problem. Ziehen wir einfach raus und dann... Ja. Ja. Auch in Deutschland. Genau. Nachts geht halt... Man sollte denken, die Hardware ist gut abgehangen, aber... Nein, nicht nach dem Software-Update. Dann macht man da ein Update drauf und dann hat man gleich wieder Probleme. Also das Problem ist halt, ihr kennt es alle vom Autofahren. Wenn man die Scheinwerfer anmacht, dann geht da so eine Cockpit-Beleuchtung an und die ist halt ein bisschen hell. Aber nachts kämpfen Terroristen ja auch nicht, das wissen wir alle. Ja. Die Air Force hat auch so ein paar Probleme, denen crashen lauter Drohnen und gehen verloren so und haben auch mal bei den Großen, also auch bei den Global Hawks und so, haben die Drohnen Probleme. Und dann müssen die ja irgendwie damit umgehen. Und die wollen ja auch nicht, dass jeder so richtig mitbekommt, dass irgendwie ihnen jetzt eine Drohne, also ihnen eine Drohne verloren ist. Und deswegen tun sie halt ganz harmlos und kleben dann halt solche Zettel. Ja, es gab auch tatsächliche Neuerungen, nicht nur in technischer Natur, sondern auch im Umgang mit der Technik. So haben wir dieses Jahr einen Fall gehabt, wo die Polizei mit einer Drohne, also die Polizei, nicht das Militär, mit einer Drohne einen Menschen umgebracht hat. Und zwar haben sie einen Bombenentschärfungsroboter genommen, haben da eine Bombe dran geklebt und sind mit dem zu dem Typ gefahren, ein Sniper, der sich in einem Parkhaus verschanzt hatte. Und dann haben sie die Bombe halt gezündet, als der Roboter daneben dem Typ stand. Und danach haben sie halt ein Upgrade beantragt, weil es hat ja so gut funktioniert. Ja. Ja, ein weiteres Highlight dieses Jahres, das wird auch den einen oder anderen hier betroffen haben, war das Windows 10 Update. Das ist nicht immer nur zu opportunen Zeiten gekommen, sondern hat gelegentlich schon mal so einen Wetterbericht unterbrochen. oder im Restaurant die Speisekarte zerstört. Tja. Tja. Noch so eine Hightech-Neuerung, die dieses Jahr sich richtig durchgesetzt hat, ist ja Spracherkennung. So, man redet jetzt mit seinen Geräten. Und die Spracherkennung kommt jetzt auch immer mehr nach Hause. Ja, also Amazon hat jetzt so ein Ding, das heißt Alexa, und es kommt mit so einem Gerät namens Echo daher. Und auf diesem Gerät kann man halt diese Ansprache, wie man das Ding sagt, wo man bei so einem Apple sagt, so Hallo Siri, so kann man bei Amazon sagt, na halt Hallo Alexa. Und dann, was das Ding meint, das ist gemeint, das hört einem die ganze Zeit zu. Stellt sich heraus, das Hallo ist optional bei Alexa. Ja, und das kann manchmal in der Praxis zu gewissen Problemen führen. Ja, das Internet der Dinge ist überhaupt eine Sache, die uns sehr beschäftigt hat dieses Jahr. Da gab es auch ein paar erwähnenswerte Hightech-Sachen. Besonders für Nerds ist das ja sehr attraktiv, weil wenn man so ein bisschen bastelaffin ist, kann man da Stunden mit verbringen. Wir haben hier ein Beispiel von einem Engländer, der versucht hat, sich seinen Tee mit einer Wi-Fi-enableden Tee-Machmaschine zu brauen. Und das ging so ein bisschen schief. Der hat dann auf Twitter live berichtet, wie er da, was er gerade debuggt, und das war so ein bisschen technisch anspruchsvoll. Und als er von seinem Hadoop-Cluster zu reden anfangen, habe ich so ein bisschen mich gefragt, ob das vielleicht eine Satire ist. Aber wenn, dann ist das eine schöne Satire. Ja, diese Internet of Things sind jetzt überall, so auch in den Heizungen. Ja, also, kennt es ja mit der Spracherkennung, sagt man so, hallo Siri, mach doch mal die Haustür auf, oder hallo Siri, überweis mir doch mal dein ganzes Geld vom PayPal-Konto. und tja, manchmal wird es auch ein bisschen warm. Und manchmal wird es auch ein bisschen kalt. Ja, was bei Sicherheitsproblemen ja immer fast wichtiger ist, als das eigentliche Problem ist, wie der Hersteller reagiert. Und hier gab es ein besonders schönes Beispiel dieses Jahr von einem Hersteller von den angeblich am meisten betroffenen Webcams bei diesem DDoS, ein chinesischer Hersteller, und der hat gesagt, ja, also so Security-Issues, die hat ja jeder, und das ist schon in Ordnung, dass uns das dann auch mal trifft, da können wir mit arbeiten. Sozusagen Industriestandard. Da kommen Sie ja keine Angst vor. Genau. Aber so eine Perspektive auf Besserung hat ja leider nicht gegeben. Aber hey, jetzt sind Sie auch mal dran gewesen. Gut. Kommen wir zu den guten Nachrichten. 2016. Die NSA hat Nachwuchssorgen, weil... Oh. Die Presse ist ein bisschen schlecht. Die ich Ihnen... Genau. Aus Ihrer Sicht ist es Lügenpresse natürlich, ja. Auch eine gute Nachricht. Solarenergie ist richtig billig geworden. Tatsächlich. China hat es geschafft, sein CO2-Target zu unterbieten. Deutschland leider nicht. Leider hat sie nicht. Naja, also... Aber gut. Ich habe mir alle immer nach China gezeigt und gesagt, naja, wir müssen ja nicht ernsthaft hier was tun, solange die Chinesen jetzt alle mit der Kohle so viel verseuchen. Und wenn China das schaffen kann, die Emissionsziele noch zu überbieten, dann können wir das eigentlich auch. Gute Nachrichten also. Ja, auch auf dem Arbeitsmarkt hat sich ein bisschen was getan. IT-Personal ist gefragt wie nie. Das geht sogar so weit, dass teilweise die Kunden so ein bisschen insistierend werden, wenn man nicht schnell genug fertig gefixt hat. Aber das muss man ja als Gelegenheit sehen, nicht wahr? Es ist ja nicht alles schlecht. Der war auch ein Terror. Er ist so gut wie gewonnen. Ihr kennt das ja alle von Fefe. Bin Ladens rechte Hand. Ist tot. Ist tot. Ja. Und die andere rechte Hand ist auch tot. Und noch mehr. Ist eigentlich überraschend, wie viele Hände der Mann hat. Aber gegen Ende des Jahres. Hier bleibt mal stehen. So, guckt mal. Moment, achtet mal. Mensch, Frank, verkackt. Achtet mal hier auf das Kleingedruckte. Tod schon mehrfach gemeldet. Und dann drehte so die Rhetorik auch ein bisschen um plötzlich. Plötzlich bin Ladens rechte Handy nicht mehr getötet worden, sondern plötzlich hatten sie Finanzprobleme. Genau, haben kein Geld mehr gehabt. Und haben dann sogar Asyl beantragt, so schlecht ging es ihnen. Also der Krieg gegen den Terror ist so gut wie gewonnen. Genau. Manchmal gibt es auch Missverständnisse, Missverständnisse, die uns Sachen negativer zu sehen glauben machen, als sie tatsächlich sind. Und wenn man genau hinguckt, kann man feststellen, das ist eigentlich total super, was gerade passiert ist. Und dieses Jahr gab es eine Sache, da hätte man nur mal genau hingucken müssen, nämlich die Trump-Wahl. Ja, das war eigentlich total super. Denn diese Nachricht vom RNC, das ist die Parteiorganisation der Republikaner, hat sozusagen Trumps Wahl mit der Wiederkunft des Messias gleichgesetzt. Genau. Und es stellt sich raus, ja, ist eine Heilsfigur der Mann. Ein Lichtbringer. Ja. Zehn Prozent. Was uns zu den Nachrichten bringt, da war wohl der Zensor pinkeln. Wir haben dieses Jahr festgestellt, dass häufiger der Zensor in der Bildredaktion, also bei den, die die Illustrationen in die Zeitungen tun und auf die Webseiten pinkeln, weil da haben wir ein paar sehr schöne Exemplare gefunden, zum Beispiel dieses hier, das ist ganz großartig. Oder die Untertitelredaktion ist gerade im Mittagsschlaf. Manchmal gibt es auch so ein paar Szenen, die sind so ein bisschen zweideutig. Achtet auch mal auf die Blickrichtung der Leute im Hintergrund. So, was passiert hier gerade? Ja, aber das Kernthema von dieser Kategorie sind natürlich Äußerungen und inhaltliche Aussagen. Und wir haben hier ein Beispiel, das ist schon ein bisschen älter, aber es illustriert ganz gut. Genau. Und zwar unser Partner in Demokratie in der Türkei, Herr Adogan, hat 1998 mal gesagt, ja, das mit der Demokratie, das nehmen wir eigentlich nicht so ernst. Wurde dafür auch verurteilt, aber davon will natürlich heute nichts mehr wissen. Dann gab es noch so eine Journalistin, die meinte, ja, nein, wir sind natürlich nur angewiesen, pro Regierung zu berichten. Was führte zu einem relativ schnellen, relativ heftigen Dementi? Genau, also man achtet auf die Uhrzeiten, 12.51 Uhr, 14.36 Uhr, da war also wirklich was los. Das ging einigermaßen zackig. Und dann aber sind wir der eigentlichen Wahrheit noch sehr nahe gekommen, nämlich... Ja, das muss man jetzt nicht alles lesen. ...unser EU-Präsident gesagt hat, die Führer anderer Planeten sind beunruhigt. Allerdings ist diese Passage im offiziellen Transkript verschwunden, aus irgendwelchen datenschutzrechtlichen Gründen, nehme ich ein. Ja, manchmal gibt es auch Leute, die eigentlich geschult sind, mit der Presse zu reden, die trotzdem daneben greifen. Zum Beispiel der Pressesprecher von BR, der hat dieses Jahr von versenkten Milliarden geredet, zu viel verbockt und unten dieses goldene Statement rausgehauen. Einer für die Geschichtsbücher. Ja, dann erinnert euch dunkel, wir hatten noch mal so einen Bundespräsidenten, der wegen so zu viel Realitätsäußerung zurücktrat. In Litauen sind sie nicht so. Da ist so... Die Präsidentin meinte... Das wird gerade sein lassen. Genau, wir müssen die historischen Empfindlichkeiten zurückstellen und mal wieder ein bisschen militärische Verantwortung übernehmen. So, und die Dame, wie es äußerte, war die litauische Präsidentin. Dann gab es unseren Verfassungspräsidenten, der ein bisschen sauer über seine Mitarbeiter war, meinte so, diese Leaker immer, da muss man mal was tun. Und ihm schwebte dann eine sehr konkrete Maßnahme vor. Er wollte nämlich Kreuze im Hof des Bundesamtes für Verfassungsschutz aufstellen und ein paar Mitarbeiter dran nageln. Und uns wurde ein Video davon zugespielt. Wir haben doch keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Wir müssen ein bisschen... Worum es ging, war ja, dass da so ein Panzerschrank war. Ich war ja natürlich in diesem Panzerschrank. So, und der wurde einfach so ungefähr alle zwei Wochen durchsucht und jedes Mal haben sie was Neues gefunden. Es ging halt immer so um NSU-Geschichten, so Telefone, SIM-Karten und so weiter und so fort. Und, ja, also bei vier vorigen Sichtungen war es nicht aufgefallen. Und Telefon, da gab es noch irgendwelche SIM-Karten und so. Und da dachten wir uns, naja, also was ist das für ein Panzerschrank? Und dann haben wir von einem Insider, haben wir dann ein Foto dieses Panzerschranks zugespielt bekommen. Da ist noch was zu erwarten. Ein bisschen ein größeres Modell. Naja, dann gibt es auch dieses, ich erinnere mich an diese Council on Foreign Relations, war so ein Kernpunkt in diesen ganzen Verschwörungstheorien. Und da war der CAE-Direktor zu Gast und hat ein paar ganz bemerkenswerte Dinge gesagt. Also er meinte halt zum Beispiel, interessiert in Geoengineering, zum Beispiel stratosphärische Aerosol-Injektionen, um Wetterbitterns zu beeinflussen. Und, ja, das könnte interessant sein. Erinnert euch das an was? Chemtrails! Nein! Ihr wisst alle, worum es geht. Ist auf YouTube. Ist auf YouTube, genau. Die NSA-Fundver Cloud Computing, ja gut. Das war eine USENIX-Konferenz, da haben sie ihren Tech hier hingeschickt, und zwar den von der Tailored Access Operations. Das ist die Abteilung, die andere Leute hackt. Und der hat halt mal ausgeführt, was man denn tun kann, um nicht gehackt zu werden. Und sein Nummer eins Vorschlag war, kein Cloud Computing machen. Nicht nur die CIA und die NSA haben sich dieses Jahr verblüffend geäußert. Auch das FBI hat komische Sachen gesagt. Unter anderem haben sie uns versichert, dass die Wahlcomputer alle total sicher sind. Völlig unhackbar, weil das System ist so scheiße, das kann gar keiner hacken. Naja, manchmal gibt es auch so Statements von Politikern, die eigentlich für Diplomatie zuständig wären. Genau, und die auch irgendwie sehr diplomatisch aussehen, wie dieser Herr, das ist der französische Außenminister, der über seinen neuen britischen Kollegen sprach. Er meinte halt irgendwie so, Er ist nicht völlig von der Hand zu reißen. Und dann, als der Boris Johnson davon hörte, gab es auch ein Foto von ihm dazu. Ja, manchmal gibt es das Thema auch umgekehrt, dass man sich versehentlich äußert, aber das dann schnell vernichtet oder versucht, das von der Allgemeinheit fernzuhalten. Und das Pentagon hat dieses Jahr einen Studienauftrag gegeben, um herauszufinden, wie viel Geld da eigentlich verschwendet wird. Größtenteils durch öffentlichen Druck, aber auch, weil sie dachten, so viel wird es schon nicht sein. Und dann können wir hier ein paar Erfolge zeigen. Und eigentlich wollten sie sozusagen, dass da drin steht, zwei Milliarden verloren gegangen. Und dann konnten sie sagen, wir haben eine Milliarde wiedergefunden und dann ist alles gut. Aber wenn da 525 Milliarden drinsteht, dann sieht die eine Milliarde nicht mehr so gut aus. Und so ist diese Studie dann in der Schublade verschwunden. Ja, der Premier von Japan hatte natürlich auch ein etwas... Also nicht der aktuelle Premier, der damals der Premier. Genau. Der hatte dann offenbar auch so ein paar... Naja, der Zensor war halt wohl pink. Die Lage war wohl doch ein bisschen schlimmer, als man gesagt hat damals. Die Lage war wohl etwas ernster. Und der hatte auch gute Berater. Und der hat dann halt seinen Nuklearberater gefragt, so ob er irgendwas über Nuklear weiß. Und der sagte auch, nö, ich habe nur Wirtschaft studiert. Tja, muss man vorher gucken. Vor dem Einstellen am besten. Ja, auch Tepco, das ist die Firma, die Fukushima betrieben hat, Tokio Electric. Hier sehen wir den neuen Chef, nicht den Chef, der damals zuständig war. Aber der meinte, er müsste dann mal so zwei, drei Sachen ansprechen aus der Laufzeit... Zum Beispiel das... ...seines Vorgängers. Genau, das Wort Kernschmelze zu vermeiden, war ganz wichtig, meinte er. War offizielle Policy. Offizielle Policy. Und sagte hinterher, naja, das war wohl doch... Also eigentlich könnte man rückblickend vielleicht sagen, es war eine Vertuschungsaktion. Sehr bedauerlich. Das bringt uns zum Anatoly Bogorski-Rat für angewandte Nuklearsicherheit. Und hier war das Feld sehr umkämpft dieses Jahr. Europa gut vertreten mit unserem ersten Kandidaten. Belgien, immer wieder gut. Ja, hier... Die sind so kaputt, dass sie ihr Kühlwasser nicht mehr richtig kühlen können. Normal sind da so ein kleiner 10 Grad. Und dann haben sie das auf 30 Grad hochgeschraubt, denn sie haben so lauter Risse gefunden und haben sich gedacht, es handelt sich nicht nur das reguläre Kühlsystem, sondern das Notkühlsystem. Und wenn also bei einem Notfall das sehr kalte Wasser auf die Stahlrisse trifft, haben sie sich gesagt, dann werden die vielleicht schlimmer. Oder die Betonrisse. Und deswegen haben sie das Kühlwasser jetzt vorgeheizt. Ab 50 Grad ist es zu warmer. Wir sind jetzt bei 45, also noch genug ausreichend. Wird ja auch ein kalter Winter. Kein Problem. Genau. Atom, Müll muss man ja irgendwo lassen. Traditionell nah an der Grenze zu seinem Nachbarn. Und in diesem Fall hat aber... Das hat auch Kanada so gemacht. Aber es ist so ein bisschen das Problem in Kanada, dass die ganzen Menschen im Süden wohnen. Ja, das illustrieren wir mal mit so einer etwas näheren Ansicht. Wir sehen hier unten links Detroit. Und rechts sehen wir Toronto. Und in der Mitte sehen wir den Atommüll. In der Rote Fall ist, kommen Atommüll direkt an die großen Seen. Da, wo die ihr Trinkwasser herbeziehen. Also, genau. Alles kein Problem. Ja, was ist denn, wenn man mal so ein bisschen kontaminiertes Grundwasser hat? Ja, wenn da Wasser austritt. Man hat gemessen, das Grundwasser ist so ein bisschen kontaminiert und man sieht so eine Pfütze im Keller von so einem Atomkraftwerk. Muss man irgendwo lassen, den kann. Was macht man denn mit dem Wasser? Und hier haben wir eine innovative Lösung gefunden. Nämlich, die haben so einen Swimmingpool für Camper gekauft. Und als der voll war... Moment, Moment. Als der voll war, haben sie so eine Schläuche gekauft. Und als die voll waren... Ihr kennt die vom Camp, so da haben wir unseren Abfall aus dem Kloß. Und als die voll waren, haben sie dieses... Mussten sie nochmal schnell in den Supermarkt. ...dieses formschöne Exemplar gekauft. Tja, bei uns ist Atomkraft sicher. Genau. Ansonsten merkt man auch manchmal, wie sicher Atomkraft ist daran, wie vergleichsweise kleine Anlässe reichen, um große Probleme zu verursachen. Und das hat dieses Jahr ein Atomkraftwerk in der Nähe von New York sehr anschaulich gezeigt. Das ist nämlich von Vogelscheiße runtergefahren worden. Und wir haben ja noch ein Bild von den Tätern gefunden. Ja, Nuklearsicherheit bezieht sich ja nicht nur auf Immobilien, sondern auch auf mobile Endgeräte, wie zum Beispiel dieses hier. Das wurde beim Tauchen gefunden. Eigentlich dachte ich, er hat ein UFO gefunden. Am Ende stellte sich raus, war irgendwas ganz anderes. Aber es ist ja egal, die Geschichte war trotzdem schön. Ach ja. Genau. Der Richard Nixon, Nixen, Lame Excuses, das war auch ein Klassiker dieser Show. Ihr kennt es, geht immer so Richtung Ende zu. Fängt gleich mit einem sehr starken Teilnehmer an. Ja. Das war einer unserer Schönsten dieses Jahr. Die Browser-Extension. Aus technischen Gründen. Ja, manchmal ist ja auch gar nicht so die Ausrede, sondern so der Euphemismus die Lösung. Dass man sagt, nee, nee, das ist aber gar kein Pre-Crime, Big Data Mining, irgendwie Verbrechensbekämpfung, sondern was wir hier machen, Das ist ein Unified Information Environment. Das ist was ganz anderes. Sehr schön. Dann gab es noch diese Geschichte mit diesem No-Spy-Abkommen. Ja, das war eine Popcorn-Veranstaltung und sondergleichen. Als dann gewisse Leute plötzlich in Erklärungsnot kamen und Obama angekündigt hat, dass man vielleicht die Spionageaktionen gegen Deutschland mal zurückfahren könnte, eventuell, da haben sich dann einige seiner Geheimdienstmitstreiter öffentlich beschwert. Das ging ja gar nicht. Und da kamen dann so Fragen auf, wie, warum haben wir eigentlich die Merkel abgehört? Die ist doch unser Partner. Und die Antwort war, wir haben eigentlich Putin abgehört. Wir haben schon das Telefon von der Merkel abgehört, aber es ging nur um die Telefonate mit Putin. Und eigentlich war es ja auch gar nicht ihr Telefon, sondern wir haben das abgehört, als der Schröder noch im Amt war. Und ihr wisst ja, wie das ist, wenn man einmal so eine temporäre Lösung installiert hat. Ja, dann gibt es eine schöne Geschichte aus Seattle, wo es einen Wadenbeißer gibt, der seit mehreren Jahren Informationsfreiheitsklagen gegen diverse Behörden führt, unter anderem gegen die Infrastrukturbetreiber, die eigentlich in öffentlicher Hand sind und daher unter das Informationsfreiheitsgesetz fallen. In diesem Fall die Elektrikinfrastruktur. Und der wollte wissen, was das FBI denn so für Überwachungskameras an diesen öffentlichen Utility-Poles installiert hat. Das ging natürlich gar nicht, aber die Entschuldigung dafür, die Sie gefunden haben, die war wirklich ganz großartig. Sie haben nicht gesagt, das würde die Privatsphäre der Leute, die unter Überwachung sind, verletzen, wenn Sie ihm sagen, wo diese Überwachungskameras hängen. Die nächste Meldung ist gleich auf mehreren Ebenen lustig, denn es geht um eine Datenbank, in der Beschwerden gesammelt werden, bei der Air Force. Und zwar mit Beschwerden meinen wir, jetzt sowas wie, jemand hat im Kühlschrank das Essen geklaut, bis hin zu, ich habe eine Korruptionsaffäre, die ich glaube, aufgedeckt zu haben. Und natürlich wird sowas outgesourced, und zwar an Lockheed Martin, die eigentlich der größte Verdächtige wären, wenn es um Korruption geht. Aber die haben also die Datenbank betrieben und da gab es dann einen bedauerlichen Hardwarefehler. Das erinnert mich an diese Geschichte aus dem Anhalter, wo die Steuerakten auf einen Planeten geschafft wurden, der dann kurz danach von einer Supernova verschlungen wurde. Offensichtlich lesen auch die Leute, gute Literatur. Ja, das kann schon mal passieren. Ja, wir haben hier noch eine positive Meldung von unserem Internetminister. Denn der hat gesagt, der hat eine innovative Lösung gefunden, wie man eine flächendeckende Tageszeit unabhängige Videoaufzeichnung machen kann, ohne den Datenschutz zu verletzen. Man sagt einfach, der Datenschutz muss halt gewahrt bleiben. Das ist doch klar. Hätten wir auch früher drauf kommen können eigentlich. Gut, ja, manchmal ist es gar nicht die Hardware selbst, die das Problem hat, sondern jemand hat die halt versehentlich gezündet. Und das ist dieses Jahr einem taiwanesischen Kriegsschiff passiert, und zwar in Richtung China. Und die Rakete flog dann 75 Kilometer, bevor sie in einen chinesischen Trawler einschlug und gewisse Gebrauchsspuren hinterlassen hat. Also leider haben wir die Entschuldigung dafür nicht so richtig gefunden. Aber es war ein Fehler. Versehen. Versehen. Passiert. Hat wahrscheinlich einer geraucht oder so. Oder war pinkeln. Ein Quell der Freude war natürlich der NSA-Untersuchungsausschuss für LEM Excuses. Wir haben hier nur eine rausgesucht als Stellvertreter für das ganze Genre. Genau. Nämlich vernichtete Akten. Das war ein Reflex. Ach so. Ich konnte halt nicht mehr geprüft werden. Da kann man nichts machen, oder? Das bringt uns zu unserer traditionellen letzten Rubrik, nämlich dem Boards of Steel Award. Ihr kennt es, ne? Wir prämieren immer Mitbürger und Gruppen, die dieses Jahr besonders viel Mut bewiesen haben. Es gab natürlich neue Sportarten. Diese hier. Manchmal ist es auch der Kontext, der eine Sache besonders macht. Leute, die halt so am Arbeitsplatz ein bisschen großen Herausforderungen ausgesetzt waren. Dann gab es Leute, die haben innovative Methoden, die aber doch relativ mutig sind. Um selbstgebastelte Bomben zu finden und entschärfen. Im Irak, ja. Also der Mann birgt da gerade selbstgebastelte Sprengfallen. Ach guck mal, hier ist ja noch einer. Genau. Ey, was kann da schon schief gehen? Ja, den Blauen, den Blauen. Was uns sehr imponiert hat, waren die Frauen in Polen, die da mit Massendemonstrationen ein totales Abfeuerungsverbot tatsächlich verhindert haben. Das heißt, das polnische Parlament ist davor eingekriegt. Auch sehr imponierend waren die Frauen in Saudi-Arabien, die das Büro des Königs mit ganz vielen Briefen bestürmt haben, dass sie endlich mal selber Auto fahren wollen und halt auf den ganzen Quatsch da keine Lust mehr haben. Das finde ich auch sehr wichtig. Das ist auch mit einem gewissen Risiko behaftet. Ja. Ziemlich gleich auf damit war ein Projekt in Mali. Die haben ja da auch so ein Problem mit so als islamistisch bezeichneten Kriegern, die halt hingehen und alte Bibliotheken verbrennen. Also die fangen die an halt irgendwie auszuräuchern und zu verbrennen. Und die Bibliothekare da haben sich dann zusammengetan und haben es geschafft, aus Timbuktu, der Stadt, die da besetzt wurde, besetzt zu werden, tatsächlich alle alten Manuskripte und Bücher zu retten vor diesen kriegerischen Handlungen und dieser Vernichtung. Und es gab da schon Sachen zu überwinden. Ja. Und damit wünschen wir euch wie immer Merry Crisis und a Happy New Year. Vielen Dank. Applaus 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 Bis zum nächsten Mal.